Hallo meine Lieben, ich stelle euch heute Lucky Power vor. Das ist eine Sportart, die habe ich selbst entwickelt und zwar nachdem ich schwanger war mit zwei Kindern und hatte komplette Verspannungen überall und habe einfach in mich reingehört und aus mir heraus etwas entwickelt. Das ist entstanden aus der Erfahrung aus meinem Leben, aus den verschiedenen Sportarten, die ich schon gemacht habe. Tai-Chi, Yoga, Qi Gong, eben verschiedene Kampfsportarten wie Taekwondo, Jujitsu, Karate, also die Körperspannung davon. Atmung ist darin, Lächeln und einfach Anspannung und Entspannung. Und die Grundlagen dafür kennt ihr im Grunde sehr gut. Ihr könnt diese Sportart gerne mit geschlossenen Augen, wenn ihr ein bisschen reingefüllt habt, für euch selbst machen. Das hat einen sehr meditativen Charakter. Und dann kennt ihr es los, so wie sich jeder, auch in der Natur, wie sich alle Tiere, recken und strecken und dabei lächeln und ausatmen. Und wenn wir uns strecken, dann merken wir schon, wir spannen uns an. Spannen dabei gleichzeitig alle Muskeln, alle Sehnen an. Gehen auf absolute Spannung. Und wenn wir dabei Ausatmung und eben lächeln, dann entspannen wir. Und wenn man das Ganze mit geschlossenen Augen macht, dann vergisst man natürlich alles um sich herum und kann sich einfach ganz seinen Körper hingeben und in sich reinfühlen. Was tut mir gerade gut? An welcher Stelle habe ich Färtspannungen? Bei mir waren das ganz viel die Schultern. Vom Tragen der Kinder zum Beispiel und auch vom vielen Sitzen von dem Computer. Und die Finger, die Fingermuskeln, die waren verkürzt von der Tastatur und von dem ganzen Handy-Tippen. Kennt ihr alle wahrscheinlich. Und wenn man einfach in die Anspannung geht und alles dehnt und streckt, so weit wie man gerade kann, so wie ihr jetzt gerade könnt, an dem Punkt, wo ihr seid in eurem Leben, an dem Status, an dem körperlichen Status, dann erweitert ihr einfach Stück für Stück eure Grenzen und fühlt, was für euch gut ist und was euch gut tut. Und so beginnt alles. Alles, was darauf folgt. Jetzt könntet ihr ja sagen, hm, okay, den Schrecken ist ja schön. Aber was daran ist eine Sportart. Und das Ganze ist natürlich noch viel größer und viel weiter. Ich habe es Lucky Power genannt. Lucky die Kraft des Glücks. Das Lächeln überträgt sich auf mich, auf meine ganze innere und äußere Einstellung, auf meine Ausstrahlung, auf meine Gedankenkraft. Und Power deshalb, weil ihr dadurch natürlich ganz viel Kraft für euch bekommt, ganz viel Energie. Für euer eigenes Leben, für eure täglichen Aufgaben und alles, was um euch herum passiert. Und das Training heißt noch weiter Lucky Power Balance Dynamo.